Der Mann schaut immer noch hin. Herzlich willkommen zurück zu Buffer-Mütz-Fluch 2. Ja, ich versuche immer noch verzweifelt das Fläschchen zu kriegen. Der Mann schaut immer noch hin. Ja, er schaut immer noch hin. Der Mann schaut immer noch hin. Immer noch. Ja, ich hab keinem lassen Schimmer. Ich versuche wieder zu reden. Keine Ahnung, funktioniert das mal? Ich will das, vielleicht wenn er jetzt hier gleich eingießt, dass ich dann das mir schnappen kann irgendwie. Wieso geht er wieder weg? Muss ich wieder warten, bis das wieder zu... Ach Mann, warum machen die das so kompliziert? Oder ich übersehe irgendetwas. Oder vielleicht fixiere ich mich einfach nur auf das Fläschchen, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Aber das würden die ja nicht so demonstrativ dahin stellen, ne? Oder? Oh, er gießt gleich. Der Mann schaut immer noch hin. Ach Mann. Der Mann schaut immer noch hin. Ach Mann, tut mir das nicht an. Und er ist wieder weg. Na gut, sprechen wir wieder ein bisschen. Fällt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah oui, natürlich. Tja. Und nun? Oh. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir. Aber nun nicht mehr. Er hat die Augen zugemacht. Ja, ich hab's. Ich schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Cool. Noch irgendwas? Verzeihen Sie. Was? Was? Haben Sie keinen Einspruch gegen Ihre Entlassung eingereicht? Das wäre zwecklos gewesen. Es stand mein Wort gegen das des Schiffinspektors. Und der wiederum ist ein enger Freund des Direktors des Grünen Museums, in dem ich Patrouille gehen sollte. Oh, es tut mir so leid. Ich fühle mich etwas schuldig, irgendwie. Okay, können wir noch irgendwie was sprechen? Verzeihen Sie. Was? Was? Was sagten Sie? Welches Museum sollten Sie bewachen? Hä? Das Grün. Und es war ja nicht so, als ob irgendetwas gestohlen worden wäre. Nur so ein rostiges, altes Dreibahn. Das Dreibahn, das ich ein paar Wochen später zurückgebracht habe. Tja. Mann, das tut mir so leid. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh. Jetzt weiß ich ganz genau, wer das ist. Das ist dieser eine Sicherheitsmann, der keine Ahnung von Geschichte hatte. Es ist so schön, um an so einem wunderbaren Sommertag im Café zu sitzen. Weil der war da, wo Lobinot war, ne? In dem Museum. Wo wir das Dreibahn dann geklaut hatten. Ach, Mann. Tja. Das war der Kollateralschaden, ne? Ich warte jetzt, bis noch der Kellner wieder zurückkommt. Schade, dass die alte Kellnerin nicht mehr da ist. Die hätte ich gern wieder gesehen. Aber gut, sprechen wir jetzt mit dem. Wünschen Sie sonst noch etwas? Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Tja. Wir haben nichts mehr zu sagen. Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Oubiers Haus zurückgehen. Ja, ich würde sagen, dieses Gieß-Ding. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Ja. Schauen wir uns jetzt mal. Die Wüste. Zu wenig Gehalt für zu viel Geld, wenn man mich fragt. Ja. Bei modernen Kunstwerken denke ich das auch. Die Töpfe werden durch eine Glasvitrine geschützt. Mhm. Da haben wir noch ein paar Leute. Hi, Mädels. Ja, hallo? Reagieren die nicht? Was ist das denn für eine Reaktion? Hab ich einen Witz verpasst? Okay, sehr freundlich. Was? Kein Kommentar. Rechtecke in desolater Landschaft. Höchst kubistisch gehalten. Das ist sehr seltsam. Okay. Schauen wir uns hier weiter um. Hier haben wir noch einen Herrn. Ah, habt ihr gesehen? Da hinten, der eine hat die Glasscheibe abgeleckt. Oh, seltsam. Das Glas ist halb voll Wein. Mhm. Können wir ihm was reinschütten? Das Fläschchen mit Absinth, das ich mir von dem Gendarm geliehen habe. Ich will es nur einmal austesten, ob das funktioniert. Ich habe ihm da einfach was reingeschüttet hier. Nee, ne? Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Ich finde es lustig. Oh, er wackelt. Haben Sie mir was in meinem Drink getan? Ähm, ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also, eigentlich? Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Ja, echt jetzt? Ja, vielleicht noch ein Schlückchen? Soll ich ihm noch was reinbacken? Reinmachen? Aber erst mal reden. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Gütiger Himmel, nein. Dann nehme ich an, dass da drüben muss er sein, richtig? Ihre Fähigkeit zu deduktiver Logik versetzt mich in Erstaunen. Diese Ironie, diese Sackgasse. Haben Sie schon mal von Professor Hubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Hubier wäre ein angesehener Mann. Also, sein letztes Buch war nichts weiter als Pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urin-Prot. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Tja. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Es kommt drauf. Ähm, ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Oh. Was? Hallo? Was zum Teufel machen Sie denn da? Der kann das doch nicht einfach runterschmeißen. Spinnt der? Hallo, das soll er mir jetzt bezahlen? Sie haben einen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht? Glauben Sie mir. Ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Tja, also... Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Ey, das ist voll asozial. Ein wertvolles Überbleibsel einer uralten Zivilisation liegt zerschmettert auf dem Boden. Ja. Sprechen wir mal mit Glees. Ich will nicht mehr mit dem Typen reden. Es ist so frustrierend. Ja? Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich, Sir. Wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann, gern. Sie sind Engländer? Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Klar, was immer Sie sagen. Und wie genau kann ich Ihnen helfen, Sir? Wonach ich Sie eigentlich fragen wollte, ist ein schwarzer Stein. Ein schwarzer Stein? Ja, ein Artefakt der Maya-Kultur. Etwa so groß wie meine Hand. Tut mir leid, Sir, aber die Nachfrage nach schwarzen Steinen ist nicht sonderlich groß. Wenn Sie sich für Maya-Kunst interessieren, ich hätte da ein paar ganz exquisite Töpfe. Ich auch, bis dieser Trampolin zerdeppert hat. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Selbstverständlich. Sein Name ist ein Synonym für Maya-Kunst. Eine Menge dieser Kunstwerke hier stammen von Aubier selbst. Glauben Sie an die Geschichte, dass Aubier seine Frau ermordet haben soll? Selbst wenn es stimmt, wer könnte ihm dann einen Vorwurf machen? Sie war eine opportunistische Schlampe. Was? Zumindest habe ich das gehört. Wie kann das so sprechen? Haben Sie schon mal einen Film mit Aubiers Frau gesehen? Nur einen. Glauben Sie mir, ich war geschockt, angewidert, entsetzt und abgestoßen. Na ja, dann haben Sie ja richtig etwas geboten bekommen für Ihr Geld. Als ich das letzte Mal im Kino war, habe ich mich lediglich gelangweilt. Tja. Ich nehme doch an, Sie haben eine Importerlaubnis für diese Antiquitäten. Natürlich. Aber das ist auch nicht mein Problem, Sir. Der Professor arrangiert den Transport. Wir brauchen die Sachen nur an den Docks abzuholen. Könnten Sie mir wohl verraten, welche Docks Professor Aubier für seinen Kunstimport benutzt? Gütiger Himmel, nein! Ich werde doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern. Kommen hier viele zentralamerikanische Indios einkaufen? Nein, Sir. Wir sind hier in Paris. Zentralamerika liegt mehrere tausend Kilometer südwestlich von hier. Quer über den Atlantik und dann links. Sie können es gar nicht verfehlen. Tja, aber wie das so ist, habe ich gerade heute Morgen ein paar zentralamerikanische Indios gesehen. Touristen, Sir. Paris ist zu dieser Jahreszeit voll von Ihnen. Okay. Dieser Gentleman da drüben scheint ihren Wein sehr zu genießen. Ich wüsste nicht warum. Es ist ein ziemlich billiger... Autsch! Ich habe diesen Zeitungsartikel gefunden. Er berichtet über eine bevorstehende totale Sonnenfinsternis. Wirklich, Sir? Sowas, sowas. Faszinierend. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Bei dem kommen wir nicht weiter. Äh, packen wir dem noch ein bisschen was hier rein ins Glas? Können wir das? Ich will mich an ihm rächen. Tut mir leid. Dafür, dass er unseren Crew kaputt gemacht hat. Ich hatte gesehen. Ich will das nach. Vielleicht wird er ja gleich rausgeschmissen. Oh nein! Oh, krass! Ups! Ähm... Upsala! Lalalala! Ich sollte vielleicht abhauen, glaube ich. Oh, schrecklich. Was habe ich getan? Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert, aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Also er hat es ihm sehr übel genommen. Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Okay. Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Wieso haben wir denn da? Eine Maschine, mit der Kreditkarten eingelesen werden. Ich habe wirklich keine, ne? Ja. Er ist völlig weggetreten. Hm. Glees sieht irgendwie nicht zufrieden aus. Oh, Wunder! Oh, Wunder! Wieso ist er wohl nicht zufrieden? Ja, was machen wir denn jetzt? Hat uns das was gebracht? Vielleicht können wir ja jetzt hier hinten hin. Da habe ich mir das... Also ich habe mir das gar nicht angeguckt. Verpackung? Was für eine Verpackung? Mhm. Guckt sich was an. In der Verpackung liegt nichts, außer ein paar Politiker. Sie ist Tirolbröckchen. Aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. Aha. Oh. Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor, Transglobal, Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Okay. Wir haben ein Etikett. Wir wissen, wo die Ware herkommt. Aber ich weiß nicht, warum. Das ist die Frage aller Fragen für mich gerade. Ähm, ja. Vielleicht müssen wir noch mal mit jemandem sprechen. Hm. Die Mädels vielleicht? Haben die noch was Neues zu sagen? Außer das Gekicher? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Wenn ich ausgelacht werden will, kann ich ja gleich zu Nico gehen. Ja. Der war gut. Der war richtig touché hier. Die Töpfe werden durch eine Glasvitrine geschützt. Ja. Mehr gibt's hier anscheinend nicht, ne? Soll ich dann erst mal zu Obiers Haus nochmal? Aber wir haben uns da eigentlich schon alles angeschaut. Können wir vielleicht telefonieren? Das ist Obiers Telefon. Ich will sonst niemanden mehr anrufen. Hm. Das Fläschchen mit Absinth, das ich mir von dem Gendarme geliehen habe. Bringt auch nix. Das Etikett, das ich in der Galerie Glies gefunden habe. Ich kann damit auch nicht wirklich was machen, ne? Aber gibt's hier irgendwas Neues? Habe ich was übersehen? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist die Schachtel, aus der die Spinne rausgebrochen ist. Das Schränkchen ist schon offen. Hier gibt's auch nichts Neues. Da haben wir das zuvor. Ansonsten. Hm. Hier. Ups. Schon wieder daneben geklickt. Gelbes, eitriges, diese Spinne. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir nicht doch irgendwie... Das Foto ist für mich von keinerlei Nutzen. Okay, wir können das auch nicht irgendwie abmachen. Irgendwas hinterm Foto versteckt oder so. Gibt's nicht. Ne, ich glaube Leute, hier hab ich alles. Hm. Aber wir können sonst nirgendwo hin im Café dann nur wieder, aber... Ich habe die Wahl, wo ich nicht gehen will. Ins Café in Mont... Gehen wir mal ins Café. Vielleicht hab ich da was ausgelassen. Was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Weil das Fläschchen haben wir ja schon bekommen. Ich übersehe etwas Wichtiges, ne? Habe ich so das Gefühl? So, setzen wir uns erstmal. John da. Verzeihen Sie. Was? Was? Haben Sie schon mal von Carol Climax gehört? Die Filmstar. Ja. Aber ich mag die Artfilme nicht, die sie gemacht hat. Es liegt an diesen Dreckfilmen, dass die Moral in unserer westlichen Zivilisation den Bach runtergeht. Stimmt es, dass Carol Climax von ihrem Mann ermordet worden ist? Das ist das Erste, was ich davon höre. Ich dachte, sie hätte sich einfach ins Privatleben zurückgezogen. Oh. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Sie ist gekidnappt worden. Gekidnappt? Ja. Das war unser erster Tag zusammen, nach vielen Monaten der Trennung. Das ist ja wirklich traurig. Mon Dieu, das macht mich ganz depressiv. Oh. Ist ja süß, wie empathisch der ist, ne? Dass er so, ja, mit uns fühlt einfach. Vielleicht ist es auch der Wein und der Absinthe, der da spricht. Aber gut. Versuchen wir es weiter. Wünschen Sie sonst noch etwas? Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Okay, da geht es also auch nicht weiter. Hm. Ich habe keinerlei Verlangen. Ich kann entweder die Galerie Gleesburg... Okay, gehen wir zurück zur Galerie. Also habe ich definitiv dort was ausgelassen. Weil im Café und bei Aubier haben wir alles. Ich muss irgendwas mit dem Etikett machen, da bin ich mir sicher. Irgendwas mit dem Etikett. Verschwinden Sie. Toll. Verschwinden Sie. Was bringt's auch nicht? Verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Er ist völlig weggetreten. Also mit den beiden können wir gar nichts machen. Was hat es mit dem Etikett aus sich? Hm. Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung. Dieses Kartenlesegerät macht mich auch ganz kirre. Hier ist nur die Verpackung, sonst nichts, ne? Hallo? Wo geht er hin? Schaut ihr das bitte nochmal an? In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. Und die will er auch nicht mitnehmen, ne? Na gut. Ein Etikett mit dem Namen Condor Transglobal drauf. Na? Das bringt's nicht. Auch nicht? Nein, falsch. Hm. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Okay. Okay, 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 okay. Was könnte man sonst noch machen? Wir haben hier noch die Kunstwerke. Wir haben unten da noch praktisch hier das eine. Und dann natürlich die Asiaten. Können wir da mit dem Töpfen was machen? Hm. Okay. Auch nicht. Hm. Nee, aber es bringt eigentlich nichts. Aber gut, wir gucken. Irgendwas übersehe ich ja. Das prüfen wir jetzt nochmal. Aber es ist ein bisschen frustrierend, weil ich die ganze Zeit denke, hm, wir haben hier doch alles so schön durchsucht. Was übersehe ich? Das Problem ist, ich hab halt, ich, in meinem Kopf gibt es halt keinen Zusammenhang. Wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche, wäre es natürlich einfacher. Aber weil ich nicht checke, wonach ich suche, wird es schwierig. Selbst wenn ich die Zeit hätte, käme ich an die Bücher unter dem schweren Regal gar nicht ran. Okay, schade, weil ich dachte, vielleicht wenn man das hochhebt, vielleicht... Das Bücherregal ist nach vorne umgekippt. An die Bücher darin kommt man also nicht mehr ran. Weil das wäre nämlich noch ein Gedanke mit den Büchern, ne? Aber anscheinend ist das auch nicht richtig. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Was? Es ist ein Kontoauszug von Oubiers Bankkonto aus einem automatischen Auszugdrucker. Die letzten fünf Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Oubier hat Nikos Entführung organisiert. Oubier hat Geld in Marseille abgehoben. Oubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Okay, also ich musste mir einfach nur den Zeitungssattel anschauen. Ein paar Stunden später. Ja, manchmal kann es auch so einfach sein, ne? Ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Gut, ein neuer Ort. Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dock-Anlage. Okay, hier gibt es einen Zaun. Ein Maschendrahtzaun versperrt den Zugang zu den Docks. Der Zaun verhindert, dass ich zu den Docks komme. Mhm. Maschendrahtzaun. Der Zaun verhindert, dass ich zu den Docks komme. Gab es nicht? Der Zaun verhindert, dass ich zu den Docks komme. Ja, ich habe es verstanden. Aus dem Fenster der Hütte schimmert Licht. Okay. Es gab doch mal ein Lied, oder? Maschendrahtzaun vor 10.000 Jahren. Da gibt es eine ganz seltsame Erinnerung kommen hoch. Hier steht eine Hütte. Die Musik macht das Ganze so spannend, ne? Als ob jeden Moment was passiert. Oh, ein Hund. Hallo. Ein böse aussehender Wachhund. Komm, bei Fuß. Okay. Hm, den müssen wir bestimmt irgendwie austricksen oder so. Oh, hier haben wir jemanden. Hallo. Ich bin auch total unauffällig hier am Spannern. Aus dem Fenster. Boah, wäre ich der Typ hier vorne, ich würde mich zu Tode erschrecken, wenn ich jemanden plötzlich sehen würde. ... leeren Formularen. In der Schachtel sind nur leere Formulare. Auf der Nadel sind etliche Papiere aufgespießt, bei denen es sich offenbar um Frachtdokumente handelt. Aber keine dieser Unterlagen beziehen sich auf Condor Transglobal. Okay. Sonst noch was? Autsch! Erwischt! Das wird sie leeren, ihre Finger bei sich zu behalten. Ups. Alles klar. Ja gut, schauen wir uns jetzt mal weiter. Der Kamin besteht aus einer Metallruhe mit einem Kegelstück darauf als Regenschutz. Mhm. Au, Mann, ist das heiß! Okay. Können wir wieder hier mit dem Ding arbeiten? Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Ach, schade. Hm. Oubiers Kontoauszug. Ein Lippenstift? Nein, kein Lippenstift? Okay. Den Wurm kann ich da auch nicht grillen? Okay. Ich habe immer seltsame Ideen. Gehen wir mal hier mal um die Ecke. Was haben wir hier noch? Oh, so viel Müll im Wasser. Hallo? Müssen wir mal ein bisschen aufräumen. In dem Lippenwasser hüpft die weggeworfene Bierflasche des Wächters auf und ab. Boah, ey. Wie kann man nur so sein? Schaff dir einen Mülleimer an, Mann. Die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Okay. Da kommen wir also auch nicht weiter. Was ist das? Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. Hm, cool. Können wir damit dann das rausholen? Bestimmt, ne? Die Flasche. Wozu auch immer wir die Flasche brauchen. Wurste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Wurste ich's doch, dass dieser Bootshaken ist.